Die Sowjets werden immer rücksichtsloser. Nicht genug damit, dass sie unsere Kampf-Cyborgs auf jede nur erdenkliche Weise ausschalten. Sie sind auch so skrupellos, Opfer unter der Zivilbevölkerung in Kauf zu nehmen. Tja, und jetzt kommt ein sowjetischer Konvoi mit einer Menge Hydrauliköl durch unser Einsatzgebiet. Ich will, dass sie diesen verdammten Konvoi aufspüren und ausschalten. Und ich will, dass sie die Raffinerie finden und ausschalten, in der das verdammte Öl hergestellt wird. Können Sie sich das merken? Oh, und evakuieren Sie alle Zivilisten, die sich im Kampfgebiet auffalten. Immer dran denken, wir sind die Guten. Oh, übrigens, ich bin General Carver. Willkommen in Griechenland. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Command & Gunka Alarmstufe Rot mit mir, dem Retro Gamer. Ja, nachdem wir die Grundkampagnen der Alliierten und Sowjets abgeschlossen haben, sowie die Ameisenkampagne, widmen wir uns jetzt den Erweiterungsmissionen ursprünglich bei der PC-Version auf zwei Missions-CDs aufgeteilt. Gegenangriff und Vergeltungsschlag wurden diese für die Konsolen-Version des Spiels zusammengefasst unter dem Titel Gegenschlag. Wir spielen jetzt die erste Mission der ursprünglichen Gegenangriff-Mission. So, unser Arbeitsauftrag. Ein sowjetischer Konvoi mit Hydrauliköl hat an einem Vorposten am Flussufer angehalten, um zu tanken. Das ist die perfekte Gelegenheit, um den Ölvorrat zu zerstören und die sowjetische Bedrohung in der Gegend auszuschalten. Zerstören Sie mithilfe Ihrer Truppen die Konvoi-Trucks und die feindliche Basis. Keiner der Konvoi-Trucks darf entkommen. Sämtliche Informationen zu dem Konvoi befinden sich in einer Radarstation der Sowjets. Wenn wir es schaffen, mit einem Spion die Anlage zu infiltrieren, können wir vielleicht die Fluchtwege des Konvois ausfindig machen. Verstärkungen sind angetragen. Bereit zum Einsatz. Jawohl. Jawohl, Sir. Für Königin und Vaterland. Ja, Sir. Einsatz hier nicht möglich. So, dann wollen wir mal gucken. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Transpiration abgeschlossen. So, wir haben einen Minenleger. Neue Bauoptionen. Melde mich wie bevohlen. In Ordnung. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angeboten. Sofort. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Bitte, Commander, Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Bin bereits unterwegs. Oh, in der Tat. Bin bereits unterwegs. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Mit Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. So, bauen wir jetzt erstmal die Radarstation. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Okay, eine sehr große Karte ist es nicht. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. So. Können wir hier erstmal ein bisschen die Karte. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. So, wie ich denn bauen. Ach, nur die leichten, Mann, sagen wir sie es. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Sehr gern. Ja, Sir. Jawohl. Jawohl. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. Einheit bereit. Sofort. Wird gebaut. Wird gebaut. In Ordnung. Sehr gern. Sofort. Sofort. Sehr gern. Sehr gern. Jawohl. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Ach, das ist der nächste. Abwarten wir ein Befehler. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Bestätigt. Einheit bereit. Bestätigt. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 Einheit. In Ordnung. Wird gebaut. In Ordnung. Unzureichende Finanzmittel. In Ordnung. Einheit. Wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Jetzt ist die Frage, wo ist diese kommersche, ominöse Radarstation? Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Da zumindest nicht. In Ordnung. Erwarte ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. So. Einheit. In Ordnung. Wird gebaut. Ich könnte da auch mal noch ein Flammenwerfer an. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. 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 Unzureichende Finanzmittel. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's weiter. 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 So, dann geht's weiter.